Hallo Leute, mein Name ist Martin Greer und herzlich willkommen zu den Wrestling News. Auch heute wieder sehr schöne Themen am Start. Also haltet eure Hände über der Hose. Wir haben auch wieder einiges Feines am Stilsel. Bevor es losgeht, aber erstmal zum Sponsor der heutigen Folge und zwar Smilodogs. Da gibt es aktuell 30% Rabatt. Also wenn ihr euch nochmal schön einkleiden wollt mit geilen Klamotten für euren Gymbesuch, den ihr natürlich jetzt durchzieht, weil Anfang des Jahres, da werden nochmal richtig schön die Neujahrsvorsätze auseinandergenommen, dann könnt ihr euch da auf jeden Fall schön eindecken mit dem Gutscheincode Martin natürlich. Okay Freunde, also zu den News. Wir haben gesehen, dass bei der Raw Episode vor zwei Wochen Bronson Reed zurückgekehrt ist und hierzu gab es jetzt nur noch nochmal eine kleine Ansage und zwar, dass Triple H, seitdem er den Laden übernommen hat, war es genau sein Ziel, Bronson Reed wiederzuholen. Der ist so ein riesen Fan von dem Typen, dass das eigentlich nicht wirklich eine Überraschung war, dass er jetzt irgendwie aufgetaucht ist. Das einzige Problem war halt noch, dass er eigentlich bei New Japan gearbeitet hatte. Aber da wurde er auch schon seit einiger Zeit nicht mehr eingesetzt und ja, dann kam auch da nichts mehr. Und jetzt ist er aber wieder bei der WWE und Triple H ist überglücklich, denn den wollte er von Anfang an auf jeden Fall wiederholen. Dann haben wir etwas zu Jack Gallagher. Der hat nämlich jetzt sein erstes Pro-MMA-Debüt gehabt und zwar vor ein, zwei Wochen hatte er das und er hat zwar den Kampf verloren, aber trotz allem, das Ding war auch auf dem UFC Fight Pass zu sehen und so. Sehr cool, dass er nach seiner Wrestling-Karriere auf jeden Fall dann wieder den nächsten Schritt wagt und weiterhin im Sportfuß fasst. Dann zu Chris Masters, The Masterpiece. Der war nämlich jetzt vor kurzem in Pakistan und hatte ein Video von seinem Auftritt gepostet und weil da die Stage richtig krass war und so, übelst nice und hat dazu, zu diesem Video bei sich auf Twitter gepostet 10987654321 at WWE Was natürlich schon so ein Hinweis an die WWE sein soll, hier von wegen komm, setzt mich doch bitte ins Rumble-Match ein. Ähm, denn das ist ja nun mal die Zahlweise, die da immer sehr prägnant für ist. Ähm, bin sehr gespannt, Chris Masters im Rumble zu sehen. Das ist auf jeden Fall immer eine coole Sache. Ähm, wäre nice, aber ja, schauen wir mal, ob das auch wirklich so umgesetzt wird. Ich denke mal eher, da wollte er ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann, ähm, gab es eine lustige Situation mit einem Fan und Soraya, also die ehemalige Page. Äh, der Fan hat nämlich geschrieben, äh, auf Twitter, okay, ich, ich sag's jetzt, ähm, Soraya kopiert einfach nur Page. Also der hat wahrscheinlich gar, entweder war es ein Joke oder der hat wirklich einfach nicht gecheckt, dass Soraya und Page dieselbe Person sind. Daraufhin hat Soraya erstmal ein Bild gepostet, wie sie als Soraya über die am Boden liegende Page, äh, steht. Und, ähm, dann geschrieben hat, jo, ist korrekt, äh, sie ist bei mir im Keller eingesperrt. Äh, es sind zwei unterschiedliche Personen. Äh, hat sich da also so ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber, ja, ist auf jeden Fall eine interessante Info. Äh, dann, äh, zu Griff Garrison, All Elite Wrestler. Ähm, der hat nämlich auch bekannt gegeben, dass er unters Messer musste, dass er also operiert wurde. Was genau, wie genau, wie lange er ausfällt, keine Ahnung. Auch hier wieder mal super wenig Informationen, nur die Tatsache an sich. Ähm, beim Rumble können wir aber nochmal bleiben. Und zwar ist auch aktuell sehr, sehr hoch im Kurs, dass Kairi Sane im Rumble zurückkehrt. Muss ja nicht unbedingt sein, dass sie deswegen zurückkehrt, wirklich Vollzeit bei WWE. Da gehe ich nämlich eher nicht von aus, weil sie doch bei, ähm, New Japan und bei Stardom doch sehr, sehr gut eingesetzt wird und auch sehr glücklich ist. Und, ähm, deswegen glaube ich nicht, dass man da irgendwas, äh, längerfristiges macht. Aber so eine einmalige Sache scheint auf jeden Fall doch sehr realistisch zu sein, dass wir Kairi im Rumble sehen. Dann zu Kevin Owens. Da gab es nämlich ein paar Probleme. Denn vor zwei Wochen in der Episode, wo John Cena mit dem Video aufgetaucht ist, wo Roman Reigns im, äh, im, äh, Ring stand. Und dann gab es diese, dieses Video-Package von John Cena. In dieser Episode und in der darauffolgenden, die wurde nämlich in der Episode mit aufgezeichnet, ähm, war eigentlich Kevin Owens mitgeplant. Da Kevin Owens aber aufgrund von richtig beschissenen Reisesituationen, ähm, es nicht geschafft hat, rechtzeitig in der Halle zu sein, musste man ganz kurzfristig die gesamten Episoden wieder umschreiben. Also diese beiden Smackdown-Episoden. Ähm, ursprünglich war also geplant, dass man Owens hier auf jeden Fall mit der Bloodline Face-to-Face setzt, um dann dieses Video anzuteasen. Ähm, aber das konnte man dann alles nicht machen, weil Owens nicht da war. Also hier auch, äh, richtig beschissen gelaufen. Was ebenfalls beschissen gelaufen ist, ist der Dive von Top Dollar in derselben, äh, Episode. Der hat nämlich einen Top Road Dive gemacht und hat sich dabei fast selbst getötet. Ähm, ist also hängen geblieben und mit dem Nacken auf den Apron gelandet. Also so schlimm, wie es eigentlich nur geht. Richtig dumm, es ist zwar nichts passiert, aber es sah halt unglaublich scheiße aus. Und, ähm, daraufhin hat er sich versucht, so ein bisschen zu verteidigen und hat ein Video gepostet von sich, wie er einen Dive macht. Also von wegen, äh, guckt mal hier, ich kann nämlich doch übers oberste Seil springen. Ich bin nämlich voll krass. Äh, also das Ding ist, das Video, was er da gepostet hat, ging darum, dass er quasi einfach wirklich gerade übers oberste Seil gehüpft ist. Okay, das, was er aber in der Smackdown-Episode versucht hat, war eine Vorwärtsrolle übers oberste Seil. Also quasi eine Swanton Bomb, mehr oder weniger. Und das ist schon nochmal ein bisschen was anderes. Es ist zwar, ähm, technisch gesehen einfacher, aber du musst halt auch die Eier dafür haben. Und, ähm, ja, das, äh, das hindert dich denn eher daran, das komplett anständig durchzuziehen. Und dann bleibt man halt irgendwo hängen, weil man sich vielleicht doch nicht so sicher ist, dass man das drauf hat. Ähm, das heißt, seine Verteidigung hier, äh, fand ich dann doch eher ein bisschen, ein bisschen komisch. Aber, ne, er hat's auf jeden Fall versucht. Dann zum Royal Rumble. Am Ende des Monats steht ja der Rumble an und da gibt es auch schon einige Matches, die wir sehen werden. Dann natürlich das Männer Rumble und das Frauen Rumble. Das ist ja soweit klar. Dann steht aktuell wohl ein Match zwischen Raquel wahrscheinlich und Ronda an, obwohl sich das seit der letzten SmackDown-Episode wohl auch nochmal geändert haben könnte. Dann hätten wir Roman Reigns gegen Kevin Owens, was aktuell spekuliert wird. Und noch Edge gegen Finn Balor in einem Hell in a Cell Match. Auch das hatte ich hier schon in den News, dass das wohl der Plan sein soll. Jetzt kommt noch dazu ein Pitch Black Match zwischen Bray Wyatt und L.A. Knight. Äh, vielleicht wurde da schon mehr bestätigt. Ähm, aktuell, ähm, seht, war das aber so, der, der grobe Content für den Rumble. Und, ähm, ja. Dann kommen wir zu Kenny Omega. Denn auch hier ist es super interessant. Der hat nämlich im Januar 2019 einen Vier-Jahres-Vertrag unterschrieben. Hm. Januar 2019? Vier Jahre? Eins im Sinn? Zwei gemerkt? Oh, fuck. Das ist ja jetzt. Der läuft jetzt theoretisch aus. Ähm, das Ding ist, aktuell hat Kenny Omega noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Aber, ähm, Kenny Omega war ja doch relativ lange Zeit verletzt. Das heißt, es wird hier wahrscheinlich so sein, dass die Verletzungszeit, wie auch bei BWE-Verträgen, hinten an die Laufzeit angehängt wird. So, dass man jetzt theoretisch sagt, okay, Kenny Omega war, sagen wir mal, acht Monate raus. Und diese acht Monate werden jetzt hinten an den Vertrag gehängt. Dennoch, läuft sein Vertrag jetzt bald aus. Und hier geht man eigentlich davon aus, ähm, dass er zumindest so lange bleiben wird, wie auch die Young Bucks da sein werden. Also, es gibt zwar aktuell keine Spekulation darüber, dass irgendwer der Leute die All Elite verlassen sollten. Ich sage nur, dass es möglich wäre, ähm, dass sie aber, wenn denn das so machen werden, dass sie ihre Verträge wieder zeitgleich aufeinandersetzen. Denn die Verträge der Young Bucks laufen bis Ende 2023. Ähm, ähm, das heißt, dass, ähm, Kenny Omega auf jeden Fall so lange seinen Vertrag dann weiter verlängern würde, bis dahin, damit alle gleich auf sind. Und dann würde man mit allen darüber reden, wie man denn jetzt weitermachen wird. Ähm, ist auf jeden Fall interessant. Müssen wir, äh, weiter beobachten. Aber auch ich gehe nicht davon aus, dass Kenny Omega oder die Young Bucks All Elite verlassen würden. Dennoch, geht es jetzt. Ne? Also, wenn die Verträge laufen, dann ist ja eh alles scheißegal. Aber wenn die jetzt abgelaufen sind, dann gibt es auf jeden Fall wieder Möglichkeiten zur Nachspekulation. Ja, und dann kommen wir nochmal zu Matt Riddle, denn der dreht gerade komplett ab. Ähm, ich habe euch ja schon gesagt, Matt Riddle ist ja aktuell in, ähm, also in Verletzungspause geschrieben, ist aber eigentlich durch die WWE Wellness Policy geflogen, weil er irgendwelche Substanzen zu sich genommen hat, die natürlich da nicht reingehören in seinen Körper. Und, ähm, hier wurde jetzt von Jordan Max, das ist eine Pornodarstellerin, ähm, mit der Matt Riddle die letzten sechs Monate zusammen war, die hat nämlich jetzt bekannt gegeben, dass er wirklich gerade in, ähm, in Reha ist, also, dass er wirklich gerade einen Entzug macht zu seinen ganzen Drogengeschichten, ähm, ähm, also die ganze Spekulation der letzten News Episoden hier hat sich jetzt damit bestätigt, also er ist aktuell, ähm, in einem Entzug und, äh, versucht also von dem ganzen Kram wegzukommen. Das ist aber noch nicht die eigentliche News, denn, ähm, ich habe ja gesagt, dass er mit dieser Jordan Max zusammen war, denn, Matt Riddle hat sich gedacht, hm, so eine Pornodarstellerin, ähm, ist ja immer eine nette Sache, und da gibt es bestimmt noch eine und deswegen hat er jetzt was angefangen mit Misha Montana, ebenfalls Pornodarstellerin und, ähm, ja, die, äh, wurden dann gesichtet, es gab ein Bild von einem Kuss der beiden und, äh, dann wurde diese Jordan Max gefragt, jo, was ist denn da los? Und sie hat ja gesagt, ja, ich wurde einfach mal ersetzt, ähm, out of nowhere, ähm, scheint da also, dass der kleine Riddle da vielleicht ein bisschen Schabernack getrieben hat mit den Damen, aber, äh, auch ziemlich krass, dass er sich nach einer Pornodarstellerin schon wieder eine Pornodarstellerin sucht, also scheint ein Fetisch zu sein, ähm, ich weiß nicht, ob er auch weiß, dass man sich auch einfach nur die Filme angucken kann, aber gut, ähm, soweit auf jeden Fall erstmal das Update zu Riddle. Wichtig ist für uns als Wrestling-Fans ja eigentlich nicht wie in der Bumst, sondern wichtig ist eigentlich, dass, äh, er auf jeden Fall jetzt gerade einen Entzug macht und das sollte dann auch alles seinen, äh, guten Gang gehen. Okay, soweit auf jeden Fall das, äh, erst mal zu dem News-Update für heute, deswegen checkt gerne SmileDocs aus, äh, gönnt euch die 30% mit dem Gutschein-Code Martin und dann sehen wir uns im nächsten Video, Daumen nach oben, Abo unterlassen, Glocke aktivieren, Kanal Mitglied werden, wunderschöne Hacker, wir sehen uns, haut rein und ciao.